Hi Leute und Willkommen zurück zu Luigi's Menschen 3. Hier werden wir... Ich wollte gerade sagen, ein bisschen warten, bis er mit summt, aber ja, er singt halt einfach mal die fasche Musik ein bisschen mit. Voll cool. Wir wollen aber jetzt in, äh, genau, das selbte Stockwerk. Er wundert sich wie immer, was passiert und freut sich dann doch. So, Stockwerk 11. Wir sind schon relativ weit. Also, wenn ich die Stockwerke so sehe, sind wir fast durch, aber... Hm. Wir müssen noch drei Leute befreien. Da muss noch mehr kommen, glaube ich. Irgendwas wird da noch kommen. Die sind einfach alle auf einen Haufen, aber das glaube ich nicht. So. Aha. Oh, die ist auf der anderen Seite. Oh. Oh. Oh, shit. Gut. Wechseln die wieder. Ähm. Ich mach euren Spielkram hier erstmal alles kaputt. Das ist ja wohl klar. Hä? Was ist das gerade? Oh, nein. Zack. Ja, ist aufgemalt. Das hab ich eben schon gesehen. Hallo? Dann machen wir die Tür auf. Na, man sieht's doch. Los. Hä? Hm. Dann gibt's der Teppich, verrät das. X. Irgendwelche Aktion. Hm. Bam. Ne. Auch nicht. Na, dann erstmal. Was zum? Eigentlich die Kissen hier haben, genau. So, weg damit. So, der Hase auch. Ja, der Hase hat sich gelohnt. So, muss ich irgendwas mit den Lampen machen oder so? Wegpusten. Nee. Ich hab keine Ahnung. So, was mit den Würfeln? Muss ich würfeln? Ich hab mir sechs gewürfelt. Ah, nice. Ach, geh weg. Ich will meinen Gewinn hier einstreichen. So, das weg. Das hier weg. Die Bilder auch weg? Nee. Die Bilder müssen bleiben. Alles klar. Ach, geh weg. Oh, da war eine Goldmouse. Oh. Ähm, okay. Oh man, oh man. Okay. Sie haben wahrscheinlich nicht gesehen, dass wir sie beobachtet haben. Nein! Komm her! So, hier ist die Maus noch geblieben. So, wie können wir jetzt hier durch? X? Ne, jetzt kann ich nur gucken. So, weg. Wir haben ja auch eine Art Tür, oder nicht? Aber wenn das hier keine Tür ist, dann weiß ich alles, wo wir hier gerade vorstehen. Hm. Ich krieg dich auf. Komm mal her. Nö. Ne, 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 ne. Einfach ne. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will hier durch. Los, lass mich durch. Ich kann nicht durchgucken, aber es bringt mir jetzt nichts. Hm. Okay. Ich kann eigentlich nur hier durch. Laut Karte oben rechts. Dann lass mich doch drauf durch. Oh, ernsthaft? Ah. Dann brauchte ich doch jetzt das Ding nicht, um zu wissen, dass da eine Tür sein müsste. Ah. Ich dachte, es wäre ein Geheingang und nicht eine richtige Tür. Oh, oh. Schwertschlucker. Moment. Oh, wow. Wow. Ah ok, nein. Wow. Wow. Ah, nein. nicht so wirklich fast na komm na, nein, nein, nein! oh, einer ist entkommen, na toll! das war jetzt doch echt mies! das kann ich wo auf mich konzentrieren, oder? ich weiß, direkt beide irgendwie einsaugen müssen und nicht nur einen ok, wer möchte hier drin festgemacht werden? oh shit ok die Würfel so haben wir noch ein Buch? oh haben wir zwar nicht gebraucht, aber oh so ist das hier auf dem Boden? da ist auch niemand ok da hängt wirklich keiner dran schade na gut, gehen wir erstmal hier lang oh 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 waaaaaah oh oh was kann das ein Foto? ähm ok ich muss die Sachen finden scheinbar aha noch was ach, ich muss Karten finden ah was? was habe ich jetzt noch gefunden? ah, eins fehlt noch eins fehlt noch hm 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 Pusschen wó wó Ah. War ich die ganze Zeit blind und hab nicht auf den Boden geguckt? Oh Mann. Yeah. Sehr gut. Haben wir den auch schon mal. Die bewegen sich zwar, aber auch nicht so richtig. So, wir haben auf jeden Fall eine Menge Kohle. Können wir auch einsaugen? Ja, ich kann doch aus dem Käfigen rausziehen. Wow. Na dann, äh... Machen wir es so einfach. Oder auch nicht. Na komm raus da aus deinem grünen Käfig. Irgendwie nicht so richtig. Schade. Na, da geht's schon. Machen wir nichts. Auch nichts. Ich weiß nicht. Oh nein. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr, wa? Wie ging das denn nochmal? Wie kann ich schnell genug ziehen? Was? Ach, mir geht's. Lass mich nicht mehr so... Hä? Okay, irgendwie war das da. So, ich muss hin. So war das. Okay. Ich dachte, wir müssen die nochmal abschießen und nochmal richtig am Kopf ziehen, aber so war das wohl nicht. Opsa, so. Ah. Richtig daraus? Äh, achso. Ich dachte gerade, ich hätte eine versaut, aber nein. Passt. So, hier waren wir auch schon mal drin. Oh, wir sind links weitergegangen. Passt. So, hier ist nichts. Äh, ein verdrehter Raum. Hä? Hä? Ah, so jetzt zauern. Oh, oh. Tschüss. Oh, oh. Haha, das muss ja kommen. Naja, wenigstens jetzt. So. Wollte sagen, jetzt ist wenigstens nicht alles über Kopf. Zumindest nicht alles, äh, in Teil halten. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ah... Eh? So... What's um... So... Wir können weiter. Kleiner Geheimraum. Hello? So... Ich weiß nicht, ob den dreien das gefällt, wenn wir die ganzen Schminksachen weggen. Wow... Ah... Also, das funktioniert, glaube ich, aber... Ich werde eher gefressen als alles andere. Was zum Henker? Alter! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Okay. Luigi, du machst das. Da frisst du dich ja nicht. Aha! Das war eher eine Idee, weil wir das mit dem Dinosaurier schon gehabt hatten. Das hätte ich damals auch so machen können. Aha! Ein Keller halt, ne? Oder wo das war? Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir ihn besiegen können, wenn ich das nicht wieder vergesse. So... Da oben ist doch auch irgendwas, oder? Ne? Ja? Irgendwo? Ne... Hm... Was gibt's hier? Au! 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 Das habe ich nie ausprobiert bei den Dingern. Krass! 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 Wow! Fisch? Komm nicht auf den Tisch! Komm nicht auf den Tisch! Hm... Okay... Was machen die Piranen das hier überhaupt? Hä? Hä? Plötzlich... Ah! Spielst du das eigentlich hin... Fangen müssen, oder was? Äh... Besiegen müssen? So... Hm... Okay, gehen wir weiter. Ich glaube nämlich, da ist gar nichts mehr. Hm... Na... Weil jetzt damals sind wir zum Üben vielleicht schonmal. Und hier hätten wir es auf jeden Fall rausfinden müssen. Oh, es gibt Popcorn und alles! Es gibt ja... Was zum... Da war eine Bananenschale, oder? Oh, eine Grüne! Eine Zaubershow! Schön! Tada! Ähm... Keine Zaubershow. Schade. So! Da ist Pizzaschachtel! Hm... Da ist nichts! Nö! Nö! Wir gehen einfach mal auf die Bühne. Ah, hier ist ja was! Hallo! Ah! Ein Schlüssel! Da ist so ein komischer... Ring, wofür auch immer der da ist. Das ist auch seiner. Guck mal, den kann man anzünden und dann springt da so ein Löwe durch. Tiger! Sorry! Und da zieht ein Geist nach Hasen aus dem Hut. Hm... Wir ziehen drei Mädels aus dem Hut. Wir ziehen drei Mädels aus dem Hut. Ich bin in den goldenen! Komm schon! Komm schon! Danke! Okay! So! Auch noch! Wenn du gar nicht rumläufst! Einen Mist machst! Gut! Was ist jetzt los? Okay... Ähm... Na! So! Ah! Ah! Oh! Oh! Na, das will ich ja wohl öfter machen können, oder? Alter, das ist kurz! So! Ah, nein! Wir können noch mal pümpeln! Oh, was da hinten ist! Ah! So! So geht das schon mal nicht! So! Und du gehst hier hin! So! Und... Feuer! Geht doch! Das ist nicht einfach! Cool! Das machen wir jetzt hier auch nochmal! Ups! Ja! Haben wir! So! Wo soll ich... Erstmal geh' ich nach oben! Weil da ein Schlüssel ist! Ich weiß mir nicht, ob die hier rechts verschlossen ist, oder nicht? Was zum Hänkern! Ich kann auf jeden Fall unten rein! Ich kann auf jeden Fall unten rein! So! So! Dann müssen wir das wahrscheinlich wieder machen! Ja! Ey! Und... Flop! Oh nein! Ganz hart! Hab ich runter geschützt! Kann ich drei fangen, oder reicht das hin? Ich nach und nach fange! Ah! 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 So! So! Das war einfach! Habe ich ihn jetzt? Ja! So! Gut! Und bevor wir jetzt uns den Schlüssel holen, oder irgendwie rausholen wollen... Können! Und diese Schlösser knacken! Keine Ahnung! Äh! Ach! Guck mal! Da warst du jetzt mit dem Schlauch! Naja! Gut! Äh! Wir beenden hier den Part! Und... Ja! Sehen uns beim nächsten Mal in dieser... Zaubershow weiter um! Bis dahin dann! Ciao!